Heeeey! Oh, da ist der Kurs! Hallo in der Zeit! Noch wieder klein, mit dem Daddy! Daddy! Daddy-Kuh! Ähm... Ach, imbaue Lava! Mhm... Ja... Ähm, ich möchte einen normalen Menschen hinzu... Wir gehen, auch wieder einen... Mann! Was, schon wieder einmal? Ist aber nicht sehr sexy, der Kursbeier! So, mein Name ist... Weiß ich noch nicht... Aha! Haha! Jetzt! Oh! Ha! Hm... Ah! Na, noch mal den normalen Gang! Ähm... Ein besserer Autor, der ich erwähnt! Er ist ein... Wieg! Ein... Ja! Das war's mir nicht! Das ist auf jeden Fall! Und... Er ist... Die... Wie klappst du! Die... 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 Ja, ich... gerade weg zu meinen wir fertigen erst mit den gesichtern du kriegst es grund ist sie das hier und augen und jahre sie frage mit der mit der lässt sich bestimmt arbeiten und nun zuerst ein zweck ist da die ja ja damit kann man arbeiten beginn es aber trotzdem zum körper wieder über ich kann es nicht ganz das bei der rüfte Das ist echt ganz gut so. Hallo? Das muss man raus. Ja, das muss auch nicht sein, die Sonne, dann wird es auch mal aussehen. Ich bin ein Klitsch-Buck. Ich bin ein Klitsch-Buck. Ich bin ein Klitsch-Buck. Nein, nein, nein. Ich bin ein Klitsch-Buck. 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 Ich bin ein Klitsch-Buck der помощmates600 von never. Ich muss hin- Ist glaube ich bin ein Klitsch-Buck pessoal sich Maya, da und war auf Ebene, kafeци Summe? die können wir jetzt erstmal in die Gesichtspunkte übergehen immer mal in die Detailbearbeitungsmodus und sagen die bisschen hinter die raus ich kann mal entschuldigung kamera ja ein bisschen hochsetzen ja wo mich Augenbrauen passt eigentlich auch schon so ja das ist eigentlich schon echt sehr gut und so von den Wunsch-Einstellungen her ja vielleicht ein bisschen so Ja, könnten wir ja fast schon annehmen, schon. Aber ich bin ja doch nicht konsistischer. Was guckst du so? Nicht? Es ist... Gute Frage. Sebastian. 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 Schwarz. So, hallo Sebastian Schwarz. Ebenfalls könnte es sein, dass... Die Stürme zu hoch. Kann man ein bisschen runterziehen, die Stürme. Ein bisschen hoch. Das müssen kleiner da oben machen. Geht das? Das liegt dann dafür so. Das ist ganz schön. Das ist glänTisch. Ich bin da aus. Ich bin da aus. Ich bin da aus. Ich bin da aus. Das ist glänTisch. Zum Glück! Sinn년. Das ist glänTisch. so sehe ich schon ganz gut muss ich sagen ja gut ja gehen wir in klamotten du hast ja nein du bist du kloppt oder was du bist so ein verrückter nein das hier ist natürlich hey was geht ab wittrich vettel nein oder jetzt kommt die partners was geht das hängig Nein Nein Ich kann ja trotzdem einander, wie das mal verschwindet Oh ja, das ist das beste Auto Das beste Auto Entschuldigung Irgendwann kann ich den Können wir doch unten einziehen, der ist doch ein bisschen sehr arscht Warte mal, jetzt ohne Oberteil sieht das gar nicht so krass aus, ne? So, aber wir sind so ober Ich will mich schon noch ein bisschen rausziehen Das soll ja nicht ganz so krass sein Ja, hier ein Sims-T-Shirt Also Sims-Polo Hallo, ich habe ein Sims-Polo an Ist aber noch nicht so stylmäßig, was ich mir so vorstelle bei ihm Es ist nämlich mehr so Hallo, ich brauche ein Weihnachtspolo an Aber auch das ist es nicht Ne, ist es so Krabben 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 ist das eigentlich schon ganz cool eigentlich Ähm... Krillen Kannst du Krillen tragen und das... Bei dir schweben die nicht Bei dir schweben die nicht Ja... Die schweben auch... Die schweb... Komm, schweb... Brenn irgendwie... Ja... Ja... Ist der mit drüber getrugt? So gut... Hallo? Hallo? Ja... Ja... Ich finde das nicht gut, finde ich gut, finde ich gut. Sollte man eigentlich an der Hose fest... Die Hose sollte eigentlich eher... ...ähnlich sowas sein, einfach... Wild Jeans... Jeans... Ja sowas halt... Na, einfache blaue Jeans... Mit ein paar einfachen Turnschuhen... Ja... Das... Kommen wir eigentlich schon zu lassen... Bestseller-Autor... Ja, ja, will Bestseller-Autor werden... Hallo, mein Name ist Bestseller-Autor... Wie Bestseller-Autor? Ja, Bestseller-Autor... Ich schreib die Bücher, ey... Ich schreib den crazysten Shit, Alter... Den crazysten Shit schreib ich, Mann... Ja, natürlich... Er schreib den craziest Shit, äh... Ever... Bleu... Den craziest Shit ever... Ähm... Aus... Geh... Oh, fett... Ach... Die Frage, was trägt er ab und zum Ausgehen... Ja, geht ja eigentlich nicht aus... Vielleicht sowas... Oh, ich bin... Nein... Oder so... Bademantel... Ever... Ähm... Gute Frage... Wie viel da mal nach... Alles... 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 Sollte ja schon was Feineres sein... Aber raus... Geht mal los... Du... Was soll die sonst sein... Was... Zu... Unpassend... Ist... Deswegen würde ich sagen... Das ist schon wieder zu krass... Aber das ist... Hey... Baby... Und... Baby... Nein... Das war doch ein Spaß... Das wollten wir jetzt nicht wirklich... Nehmen... Einfachen... Was ist doch eigentlich der Unterschied zu dem hier? Ach der, die Lasche oben nicht drauf... Neh... Man hat halt andere Taschen... Sind schwarz gestreift... Gibt's da eine schöne Hose hinzu... Uhhh... Ach der, es ist halt... Es hängt halt... Neh... In der Hose drinnen... So ne... Äh... Die Jungen... Wir müssen das mal weg... Misch... Ich... 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 Ja... Neh... Ich... Hänge aber alles glaube ich in der Hose drinnen... Ja... Hänge so... Maximal sowas hier... Vielleicht auch ganz gut... Nein... Ich... 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 schuhe werden vielleicht noch ganz nett fürs ausgehen dann noch zu sagen hier auf strümpfe ja das ist ja das ist sein aus ja das ist ein abend outfit ich mir aus ski outfit fast sagen eigentlich schon das ist schon fast ein bisschen zu licher was müssen das etwas etwas kann es eigentlich schon sein passende hose zu finden wird nicht da schwerer ja das weil das anders vielleicht ein bisschen zu licher für so ein abend aus weil es ist ja das wenn sie wirklich fein abends essen gehen was er eh nicht macht weil abends weggehen unterbrechen sport spoke ändern eigentlich da eigentlich auch am besten nur so ein war da eigentlich auch am besten nur so n team mit einem coolen motiv drauf oder die war diese schoßen hier passen eigentlich schon ganz cool ein schönes muster socken reingekrätscht in die sache brille nimmt er ab frisur kriegt er eine andere hier alle anderen die wechseln die war nämlich hier mit dass ich zusammen sport bin ja die jahre zusammen wir vergehen ich bin auch zusammen für den sport geht euch voran nie so nacht beklebt nein waaas warum nicht da kommen wir sind gegen so was zum schlafen aus da hat man ja das zur auswahl oder das andere frage farblich aber das im stück das wird man auch gerne wieder nehmen musen machen wir dementsprechend irgendwann schaden sowas hier mal gleich den schwarzen zu Du mit ein paar Hübschen. Komm, verstehe. Liiiaha! Neee. Da noch ein paar Socken drunter. Und knallt. Entschuldigung. Bambats-technisch war es. Brillentechnisch brauchen wir natürlich auch wieder die Brille. Diese Farbe. Ja! Und baden. Warum trägst du eine Mütze beim Baden? Bist du bescheuert? Du kriegst auf jeden Fall wieder deinen Pony beim Baden. Und haste kein Hirsch an. Mhm. Tschüss, Badelatschen. Ähm. Ketten noch mal was. Ähm. Ketten noch mal was. Ja. 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 Warum nicht? Also... Ging jetzt auch recht flott eigentlich mit der Stellung. Eigentlich nicht, aber... Hm. Ja. Witz und Ruhr geht woanders. Ach, nicht so blöd. Sonst klebe ich dir. Aber was ist eigentlich mit diesen Aliens aus? Was hat das mit diesen Aliens eigentlich auf sich? Hm. Alltagsabtort. Sie können halt auch sich ganz normale Sachen ansch... Walu. Könnt ihr auch sich ganz normale Frisuren drauf machen? Ja. Ah. Achso. Aha. Mhm. Aber ich will keinen Aliens dabei haben. Manuel, Bringfrau und Sebastian und Schwarz sind nicht die einzigen, die hier nach New Christ ziehen. Nein, es gibt noch jemand anderes. Und zwar einen Menschen.